Willkommen liebe Freunde zur nächsten Folge World of Warships. Ich weiß gar nicht was wir spielen. Der Vivaldo ist natürlich auch am Start. Der alte Schiffstaktiker. Schon wieder die Karte ohne Inseln. Ich hasse die Karte. Kleine andere Munition nehmen hier. Ich hätte ja jetzt gesagt. Lassen wir mal langsam da rüber fahren. Genau, die fahren da runter. Dann tingeln wir mal da lang. So, die Panzerbrechen sind noch mal zu uns drin. Da ist schon der erste. Kongo. Ah, sehr schön. Ach, 18 Kilometer. So ein bisschen weit weg. Jo. Ach du heiliger Bim Bam. Wieso geht jetzt meine Tastatur nicht mehr? Ich will ausrasten. Die habe ich deaktiviert gerade. Das Spielgerät wurde nicht erkannt. Komm schon. Steuern kann ich noch. Aber ich höre euch nicht mehr. Wie du hörst uns nimmer. Du musst jetzt das eine Match ohne TS machen. Ach, das steht doch. Aber steuern kann ich ja noch. Auf jeden Fall fahre ich dir mal hinterher Tom. Ja, das ist gut. Hörst. 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 Hörst du? Achso, du hörst uns nicht. Ja, alles klar. Na, das ist schon. Spitze. So, da hat einer Nebel gemacht. Und, weil es Christa ist, ich glaube, ich habe den vorhin gehört. Ich weiß nicht. Der war doch nicht? Ne, der ist netter. Der hat den angeschrieben, ob er mit wäre. War. Wie hast du mich? Ja Okay, komm. Komm, 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 komm 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 drauf singen. Ja Kommt, träd он. jetzt geht's gut ab zu weit weg hier 234 und so dann verpassen jetzt meine breitzeit wir haben der 3er und 5er und 4er ob ich ja gar keine chance auch diese nebel hätte zum kotzen Zerstörer Yes, I see Heiliger Bimba, wo kommen die Scheiß-Tropedos her? Oh, vor dir, vor dir, vor dir Oh, ja Hör mal dich, warum den Zerstörer? I can hear you Was er? Oh, da war er da Oh, erzählen ist so ne Sache? Nein, hört mich nicht Doch, ich höre dich doch Ach, wie ist denn jemand für mich, ja Oh, 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 komm schon, ey Wie fährt denn der? Der fährt so, wie man fahren muss Der fährt schneller, wie ich da Das ist scheiße Wah Sinn Heiliger Bimba, wer schießt denn hier auf mich? Oh, ja Oh, ja Oh, ja Sehr schön haben wir das hingekriegt. So, das war natürlich nett, so eine Bombenrunde. Zurück zum Hafen. Das war nicht so schön. Äh, könnten uns natürlich auch... Okay, das sind die Battleships. Wieso geht denn diese Drecks-Tastatur nicht, Alter? Ja, ich bin da. Ich sehe, dass du leicht ist. Wahrscheinlich hörst du mich auch. Ja. Leuchtet auch nicht. Hä? Einmal neu installieren oder sowas? Ja, ich höre dich auch. Naja, ich glaube, ich bin... Ne, soll ja nur neu starten, dann... Was ist denn das für eine Kacke? Da... Wochenlang funktioniert es ja. Hm... Tja, Freunde, dann würde ich sagen, kaufe wir uns mal die hier. Versoffen die mal. Kaufe den auch mal. Ja, wahrscheinlich. Hm. So, ich steck's hier einfach mal um. Und das da... Und das da... Welche von den vielen Kabel ist es denn? Okay, ein Bandsau und zack. Jetzt haben wir da ein... Ne, ist es okay, ich gehe das Schiff von einem Gemässer. Wir wollen die erforschen, da fehlen uns... 2600, also... Auf ins Gefäß. Ah, wo ist das für raus? So... Dann werden wir natürlich auch mal die Battleships probieren. Die dicken Dinger. So, dann machen wir... So, dann machen wir in der Runde zwei... In der Folge zwei Runden so rum. Hallo? Hallo? Ja. Ah. Kenne ich mit ihr nie. Hast du... Hast du... Hast du mich die ganze Zeit gehört? Mhm. Ich hab dich gehört, ja. Ja, jetzt... Ja, jetzt... Lass wieder. Ba 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 ba... Du spielst schon, oder was? Äh... Ja. Ich hab mir jetzt auch mal hier... Ich will auch mal die Battleships probieren. Mhm. Ich hab jetzt grad mal hier diesen... Äh... Die Chikuma gekauft. Äh... Machen wir jetzt mit der zwei, drei Matches... Und dann kann ich mir auch die Karawahi, oder wie das Ding heißt, proben. Aber du musst dich echt arg zurückhalten, oder? Mit den Battleships, dass du da nicht vornherein fährst. Ist immer so ein bisschen im Hintergrund. Und am besten hast du noch ein Backup dabei. Ja. Der hat dich eigentlich gewollt, dass du den Zerstörer auch kaputt gemacht hast. Wer mich kaputt gemacht hat. Ja, der hat mich, äh, auch kaputt gemacht. Beziehungsweise ein anderes Schiff hat noch auf mich geschossen. Das war ein bisschen... Das war ein bisschen scheiße. Und das hat alles nicht so... ...funktioniert, wie es... ...hätte funktionieren sollen. Wie weit kann ich denn schießen? 10,35 Kilometer. Ach du Scheiße, das sind ja zwei. Na, treffe ich den. Oh, Scheiße lädt er langsam nach, ey. Hast du jetzt? Shikuma, oder was? Ja. Naja, ich hab mich einfach durchgemogelt bis zur Kawahi. Äh, ich muss hier mich verpissen, weil sonst bin ich, glaub, tot. Oh, je. Okay. Da ist schon ein Zerstörer. Ja, warte mal kurz. Also, ja. Ich bin ja gleich da. Bin eh gleich versenkt. Ich kann's doch nicht, das weiß ich doch. Oh, kack, ey. Wie langsam lädt ein Schiff noch. Wie langsam lädt ein Schiff noch. Was denn hier schon wieder? Ach so, mit Dach-Tropedo. Unsere Team hat den Lied genommen. Ey. Geil. Ich schubs fast den Zerstörer hier oben. Ja, baby. B. Ey, was machst du denn? Geil. Geil einfach weg von mir. Ja, er spielt alleine. Ich hatte gerade auch unter Sistoproblem. Warte jetzt bis er fertig ist und dann weiter. Ach, natürlich. Ich stehe sie voll gegen die Insel. Warten der gerade jetzt? Ja, ich will auf Tomcat warten. Was wollt ihr dann fahren? Weiß nicht, was er dann hat. Äh, die Chikuma ist zwei. Äh. Äh. Ne, ich kann auch ein anderes Schiff nehmen. Das kann ich auch alleine machen. Und ganz so klein hab ich leider auch nen. ja ich will die karawahi oder wie das ding heißt und ich spiel ich habe bisher nur amis gespielt auch wie langsam leben wir haben dass du das noch länger dann warte ich noch ich vermute dass ich eh gleich aber ich gehe nochmals höher auf den top halt mich schon mal ein um hell streben oder soll ich euch bei der da einladen weil ich euch auf der liste aufs wahrscheinlich ist ein baller macht wahrscheinlich mehr sind aber auch mensch jetzt am wochenende soll ja irgendwie wenn ich das in dem stream gestern also ich habe mal von das video von gestern wargaming ob dann soll jetzt das wochenende was jetzt kommt wieder ist es für alle aber ich glaube zu verstanden zu haben dass es für ein paar leute die möglichkeit gibt am wochenende schon das 0 3 1 zu testen wir alle nur so für so ein paar aber wie die die paar auswählen wahrscheinlich die am meisten spielen ja wahrscheinlich das meiste geld reingesteckt haben oder so nicht die die den key gewonnen haben hast du eine höhere chance als ich woher das ist denn hier falsch mensch der lebt so langsam und du nicht in den lg auf weiter zu aber du brauchst noch ein bisschen dann gehe ich mal ich lebe dann ja geh mal ich hab noch ich lebe noch Das war's. Na, bitte geht doch. Hab ich den jetzt ganz alleine kaputt gemacht, oder was? Ich bin ja ein Apparat. Ja. Und, fertig? Nee, ich hab das Schiff versenkt. Du hast ein Schiff versenkt? Ja, stell dir vor. Das war ganz alleine. Aber die Ladezeiten von den Dingern sind schon echt krass, ne? Ja, da kannst du ja einen Kaffee trinken zwischendurch. Also, ich find auch die Streuung richtig krass, ey. Ich hab eben da auf dem Zerstörer zweimal geschossen, ey. Ich hab einmal, glaub ich, getroffen. Wir wollen schon mit der Quatschi. Naja. Gut, das ist jetzt laut hier. Das wird denn der Miyogi auch nicht besser, aber danach, ab der Kongo soll's wohl ein bisschen besser werden. Wie viele Kanonen habt ihr drauf? Bei welchen? Na, jetzt bei der Karawari da. Der Quatschi, die hat sechs Kanonen. Sechs Türme. A2, A2 Kanonen. Na gut, ich hab auch noch klein, das Ding. Ja, ja. Ja gut, das werden jetzt mehr Türme, aber... Aber du... Das ist größere Kaliber und so ein Misshalt, ne? Ja. Mehr Wumms. Die Karawari hat zum Beispiel... Quatsch. Miyogi hat doch nur drei von Grund auf. Miyogi hat nur drei, ja. Und vor allem zwei hinten, das ist voll nervig. Ja. Aber es ist ja... Quatschi, die ist schon geil, alter, ne? Kannst du schon davon abhauen, aber trotzdem noch den... Erfolger 1 reindrücken. Mhm. Hihihi. Ja, aber die Quatschi find ich richtig geil. Da haben wir mit Mobius, ich glaub, vorgestern war, das ist am Samstag, oder nee, am Sonntag haben wir das noch gemacht. Und da hast du auch die Quatschi geholt. Wir sind mal in die Division gegangen und sind in einem Dreiermatch gelandet. Und wir als 1-2 Schlachter mit dem Quatsch ist, ey, du hast alles weggerobbt, alles. Das war dann mehr feierlich. Ja, ich glaube, der Ruth, wenn du dann anders am TubeSpeak bist, dann könntest du genau sagen, der wird jetzt attackt und dann ist er Ratschi im Arsch, ne? Ja, die Artillerie von der ist viel zu krass für die Viertierstufe. So, noch ein Schiff versenkt. Ne. Ey, ich bin so ein Gerät hier. Wir gehen jetzt gleich vorbei. Ja, ja, ein Schiff noch. Jetzt lad halt nach hier, mein Schiff zum Konzen. Komm schon. 9.000 Trefferpunkte hat er noch. 4.000, 4.500. Wollt ihr denn spielen? Äh, na, was wollt ihr für ein Level spielen? Hä, 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 hä. 7 am liebsten. Ja, Alter. 7 oder 8? Na, ich kann nur, glaube ich, mit 6 dienen. Mit 6 kannst du dienen, okay. Ja, ja, okay. Mit Level 6, nein, ist gelogen, mit Level 5. Ja, mir ist egal, sag das. Ja, ich habe noch einer, sehr gelendet, auch die Cleveland. Ich habe keinen 6, ich habe nur 7 und 5 oder dann. Eigentlich will ich die Cleveland auch nicht spielen. Will ich nur 7 Uhr nachts spielen. Und natürlich die Kabatschi. Ja, komm, dann spielt, dann spiel ich allein. Ist ja egal. Das passt schon. Und zwar Cola. Oho. Aha, sagt er. 22.000 noch. Lanja oder Fupu-G. Echal. Verzugsweise gleiche Tierstufe. Ja? Und was wirst du? Gut, dann muss man mit der fahren. Nein! War es falsche. War ein Achter. Ja, ich werde es überleben. Dann muss ich doch mit in den Dings kommen. War es das für diese Folge? Ähm, in der nächsten werden wir das ja noch einmal spielen. Punkte sammeln. Und Dings dann die Kavari holen. Und dann werden wir uns hier ein bisschen nach unten arbeiten. Irgendwo habe ich Echo. Ah, bei Tomcat habe ich Echo. Hä? Bei mir ist egal. Du kannst auch wieder Achter fahren. Das macht mir nichts. Hm, okay. Geh mal unsere Battleships hoch. Irgendjemand hat hier noch die Koppelung. Ja. Tomcat. Tomcat. Äh. Geh mal Ansatzteam an. Vielleicht ist der da. ��� merceğin. Oui. Wir kommen ara bitte. Wir kommen dazu. Wir kommen dazu. Vielen Dank.